Der langjährige Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, kehrt der Partei den Rücken. Er werde sein Amt niederlegen und die AfD verlassen, das sagte Meuthen heute. Er begründet diesen Schritt mit rechten Strömungen in der AfD. Teile der Partei stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er sei mit seinem Einsatz für einen anderen Weg gescheitert. Gerade in der Corona-Politik habe die Partei etwas Sektenartiges entwickelt, so Meuthen.